Hey da Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Guide Video. Ein neuer Monat hat begonnen und jeder sucht so sein Deck, um so schnell wie möglich ranken zu können und vorankommen zu können. Hier möchte ich euch mal ein Deck vorstellen und zwar habe ich so ein Crusader Agro Deck gemacht. Es ist sehr solide, hat aber eine sehr hohe Windrate. Ich möchte wie immer mit euch mal ganz fix durchgehen, wird auch nicht lange dauern. Wir haben hier den Nordheizsporn, ganz klar, der lässt sich mit solchen Sachen wie Nordwind-Außenposten super kombinieren. Wir können recht schnell etwas aufräumen oder natürlich sehr stark ins Gesicht gehen. Das noch kombiniert mit dem Ork-Clan-Hauptmann ist natürlich eine super Sache, um sehr schnell sehr viel Damage machen zu können, ohne sehr viel Mana ausgeben zu müssen. So, die gnadenlose Räuberin, die wäre super, wenn ihr sie dreimal besitzt. Das tun bestimmt die wenigsten, aber tut sie dann eben dreimal rein, die ist dann sehr sehr praktisch. Habe ich jetzt leider nur einmal, dafür habe ich dann den Feuerkobalt rein, dass der dann noch so ein bisschen Action macht. Stahlkrumm-Siebel, immer wieder wichtig, um den nötigen Schaden zu machen oder unsere Kreatur stärker zu machen, damit der Gegner sie nicht so leicht wegräumen kann. Initiantin des Kreises, immer so schön platzieren, dass auf jeden Fall ihre Bestiengestalt aufgerufen wird. So, was haben wir denn noch? Sturmantel, Vorhaut, Vorhut natürlich, Sturmangriff, letzter Artanzug, du nimmst einen 5-5er Sturmantel-Bataillon auf deine Hand. Für 4 Magiker, 5-5 ist schon ziemlich gut. So, Angriff des Glaubenskriegers, wirklich gute Karte. Gib eine Kreatur, plus 2, plus 0, durchbrechen und in diesem Zug erschlagen und die, und dann zieh eine Karte. Quasi, du kannst fast gar nichts falsch machen und du ziehst eine Karte, das ist sehr sehr gut. So, Blumschutzgeorg, sollte klar sein, mächtige Verbündete auch, das sind ja ganz solide alte Karten, Überfallkommando, logisch, wir holen uns die Nordheiz-Sporne. Vertreiben, sehr sehr wichtig, damit wir die Wächter, die sich uns in den Weg stellen, vertreiben können. Oder wichtige Karten von uns, die jetzt gefesselt sind oder sonst was, wieder auf die Hand zurückholen, noch einmal ausspielen oder ein Effekt, der uns wichtig wäre, dass wir Dinge dann nochmal benutzen können. So, unsere Legendaries, Garnak, dunkler Anhänger, damit der Gegner, wenn das jetzt mal ein Control-Deck ist, nicht unbedingt über sieben Magiker kommt. Das ist wirklich sehr wichtig, dann kann der Gegner irgendwann keine Karten mehr spielen, weil er nur noch hohe Kreaturen hat. So, der Kerzenschein, Schläger, Sturmangriff und Wächter lässt sich auch super wieder kombinieren. So, zweite Legendary, Reef, äh, dritte Legendary meinte ich, Reef, der Schwertmeister, wenn Reef angreift, füge deinen Gegner zwei Schaden zu und erhöhe dann den Schaden um zwei. Wenn der Gegner den nicht wegbekommt, kann der Schaden, den er macht, unglaublich hoch sein, vor allem, wenn er dann noch irgendwie gebufft ist durch den Ork-Clan-Hauptmann oder den Nordwind-Außenposten. Da habe ich schon Matches gehabt, da war es sehr sehr schnell vorbei mit dem Gegner. So, Ulfrix, Huskal, wenn eine gegnerische Rune vernichtet wird, ziehe eine Karte, natürlich dann immer erst spielen, wenn eine Rune vernichtet wird und das kommt sehr oft vor, muss ich sagen. So, Unterweltrecher, auch eine ganz coole Karte, Sturmangriff, Beschwörung, alle gegnerischen Kreaturen in dieser Reihe verlieren, Deckung. So, die können sich also nicht beschützen, wenn jetzt jemand zum Beispiel so eine blöde Fledermaus spielt, die ihm Entzug geben würde, können wir die damit vernichten. Aber, Putsch, Sturmangriff ist praktisch. Okay, Leute, that's it. Sehr solides Aggro-Deck und wir werden es direkt mal testen. So, Gnadenlose Räuberin lassen wir auf jeden Fall auf der Hand. Überfall-Kommando brauche ich jetzt noch nicht, mir wäre eine andere Karte wichtiger. So was ist eigentlich ganz gut. Der Krummsäbel wäre besser, muss ich sagen, weil wir die Gnadenlose Räuberin dann hätten etwas verstärken können. So. In der nächsten Runde könnten wir dann den Morkul Torwächter spielen, um sie eben stärker zu machen. Plus zwei. Dann würden wir da schon mal ein bisschen Damage machen können mit ihr. Oder, natürlich, wir ziehen eine Karte. Es gibt Möglichkeiten. Es gibt Möglichkeiten. So, da ich aber die gute Dame schützen möchte. Wenn wir mal das tun. Das muss reingehen. Davon stirbt er leider nicht. Das ist sehr, sehr schade. Aber wir haben dann immer noch den blutrünstigen Ork. Zweimal. Damit können wir dann immer noch Sachen machen. So, gehen rein. Sie macht noch mal einen zusätzlichen Schaden. Und der ist jetzt sehr wichtig. So. Clearen ist jetzt gerade nicht so wichtig für mich. Denn wir wollen Schaden machen. Leute, Schaden. So, der ploppt natürlich auf jeden Fall, weil wir eigentlich nur rote Karten haben. Magnus, Gott der Zauberei, steh mir bei. Zum Glück war es kein Wächter. Der soll sich angreifen. Da sollen wir die nötigen Garten geben. Wir werden aber mehr Schaden machen können als er. So. Lasst mich kurz überlegen. Wir könnten hier Karte spielen. Ihm nochmal acht. Ihm quasi acht Angriff geben. Wir könnten auch den Kerzenscheinschläger spielen. Oder Unterweltrecher. Unterweltrecher. Wir haben also Möglichkeiten. Wir würden so oder so Sachen machen. Das Ding ist, auf beiden Seiten würden die jeweils sterben. Außer wir spielen den Kerzenscheinschläger. Dann würden die nicht so leicht vorbeikommen. Das wäre das Cleverste, was wir machen können. Ja. Wir greifen erstmal hier an. Machen den Schaden. Und machen hier auch nochmal einen Schaden. So, jetzt kommen sie natürlich nicht mehr so leicht vorbei. Aber der wird irgendeine Möglichkeit schon haben. Aber das Gute ist, wir konnten recht viel Schaden recht schnell machen. Der hat nur fünf Magiker. Seine Magiker ist natürlich begrenzt für das, was er machen möchte. So, wenn wir Glück haben, kommen wir mit ihm nochmal durch. Und dann wird es sehr schwer für ihn. Außer er kann sich halt des Todes verteidigen. Was wir einfach mal nicht hoffen. So, er verdoppelt natürlich jetzt seine Power. Zack. Er kommt uns damit natürlich sehr gefährlich nah. Aber wir werden sowas hier tun. Wir werden sowas hier tun, um jetzt mehr Schaden machen zu können. So, er braucht nur noch fünf. Gut gemacht. Das heißt, wir können Wir können den blutrünstigen Ork spielen. Dann müssten wir nur noch drei Schaden machen. Wir könnten aber auch den Sturmantel Vorhaut vorschicken. Und einen Schaden machen. Wir würden dann halt eben noch eine Karte ziehen. Also, ich bin jetzt für Schaden. Ich bin jetzt gerade für Schaden. Machen wir das mal so. That's all about the damage, Leute. Okay, wir brauchen jetzt nur noch zwei Schaden zu machen. Und er hat nur sechs Magiker zur Verfügung. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Wir brauchen Garnert gar nicht. Jawoll. Weg damit. So, jetzt kann er quasi nur noch zwei Schaden machen. Aber wir konnten nominieren. Der könnte jetzt nur noch was reißen, wenn er auf beiden Seiten einen Wächter anbringt, der sehr stark ist. Aber dafür reicht seine Magiker nicht, dass wer Quatsch. Okay. Das sieht gut aus. Okay, bringen wir es zu Ende. Ein feiner Kampf. Nach Sofengarde mit euch. Hup, hup, hup. Okay, nix ist. So, vertreiben ist eine Karte, die möchte ich dann doch lieber später erst ziehen. Die Kombination ist eigentlich ganz nett. Vor allem jetzt auch mit dem Nordwind-Außenposten. Wenn er stirbt, bekommen wir dann wenigstens den Sturmantel-Bataillon auf die Hand. Können es in der vierten Runde dann bereits ausspielen. Zum große Bürger. Was ist denn los? Ja. Wir gehen aggro. Wenn er uns schon den ersten Zug gibt. Dann machen wir das doch. Das Gute ist, wir könnten ihm, also wir könnten einmal den Nordwind-Außenposten ausspielen. Und dann auch schon den Stahl-Krumm-Säbel. Damit wäre er dann schon mal nicht so leicht zu töten. Jetzt vor allem. Machen wir mal so. Dadurch haben wir natürlich jetzt schon sehr viele Karten ausgespielt. Das ist ein bisschen bitter. Aber okay, wir haben den Sturmantel-Bataillon dann halt eben auf der Hand und können jetzt in der vierten Runde auch wieder was machen. Könnten aber auch jetzt schon ausspielen. Der wird sehr nervig. Der wird sehr nervig. Den muss ich jetzt ausspielen, weil ich den hier weg haben möchte. Weil wenn wir da ständig so eine 1-1-Drauge-Wache wegputzen müssen, dann wird das ja schon fast unmöglich für uns. Wir schaffen das. Okay. Okay, okay, okay. Ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Wir könnten hier jetzt Sachen machen. Einmal putzen wir den hier weg. Wir spielen diese mal aus. Das ploppt noch nicht mal eine Rune und das ist gut. So, durch ihn bekommen wir dann noch mehr Bataillone auf die Hand und die haben jetzt für zwei Magiker 2-1 und so einen guten Effekt. Das ist schon klasse. Damit hebt er es natürlich jetzt wieder auf. Das ist wieder auf Null-Zustand. Bisschen doof jetzt. Okay, wir verteidigen uns hier besser. Damit unsere Kreaturen auch gut überleben können. Machen wir das mal so. Bam. Gehen wir jetzt hier erstmal stur rein. Er muss hier natürlich reingehen. Und wir könnten unsere Kreaturen behalten. Das wäre gut. Oder auch nicht. Er macht natürlich kein Damage mehr. Er hat es auch echt dämlich. So, die Initiantin wäre clever. Wir machen das mal so. Spielen die Initiantin. dem Kreis an. Für Ulfric Sturmantel. Beim nächsten Mal, also lieber mit der nochmal angreifen. Also vorher angreifen. Ist ein bisschen gepennt. Okay, damit haben wir wieder ein aggressives Board und haben jetzt auch wieder zwei Sturmangriff-Kreaturen mit denen wir Sachen machen können. Und das Gute ist, die Initiantin des Kreises ist jetzt bereits wieder im Schatten. So, leider, leider haben wir jetzt nicht die krasse Möglichkeit. Verlieren Deckung. Deckung ist ja ganz schön, aber wir könnten jetzt auch von links angreifen. Wobei ich die Seite nicht so gerne jetzt einfach aufgeben wollen würde. Okay, wir spielen den Krummsebel. Powern den weg. Wir müssen hier natürlich die hier auch wegpowern. So, gehen hier rein und spielen hier nochmal den Sturmangriff. So, jetzt brauchen wir nur noch zwei Schaden zu machen, den können wir dann eigentlich ganz einfach mit dem Kerzenscheinschläger machen. Der wird sich hier wahrscheinlich hundertprozentig verteidigen auf der Seite und dann ist die linke Flanke frei. So, wie ich es gesagt habe. Achso, und jetzt können wir natürlich mit dem Kerzenscheinschläger ohne Probleme Sachen machen. Okay, so schnell kann es gehen. Bonusrunde, Leute. Jetzt muss ich mich noch mehr anstrengen. Bin noch nervöser. Das ist halt echt voll doof, weil dir so viel flöten geht dadurch. Okay, vertreiben möchten wir nicht am Anfang haben. Kerzenscheinschläger auch nicht. Angriffsklaubenskrieger. Ich möchte doch lieber ein paar nützliche Kreaturen wie sowas hier. Sowas ist natürlich ein super Start. Vor allem auch mit dem Feuerkobalt. Zum große Bürger. So, dadurch kriegen wir recht schnell Schaden zusammen und können dann auch den Effekt von Ulfrix Huskal einsetzen. So, wir kriegen wieder den Sturmantel, die Sturmantel Vorhaut raus. So, in der nächsten Runde können wir dann schon Ulfrix ich habe doch den scheiß Ring gar nicht. Okay. Das ist jetzt natürlich doof. Ich hasse diese Fledermaus. Ich hasse sie mit all meinem Sein. Muss ich wegmachen. Okay. Wir sind immer noch aggressiv, aber diese Fledermaus hat uns jetzt übelst den Strich durch die Rechnung gemacht. Oh, wie ich gehe voraus. jetzt könnten wir natürlich Ulfrix Huskal spielen. Und jetzt ploppt auf jeden Fall eine Rune. Schon wieder diese Scheiß Fledermaus, das gibt es doch nicht. Aber die Rune ploppt auf jeden Fall. So, wir ziehen da erstmal ein bisschen nach. Ich kann hoffen, dass er sie jetzt nicht noch stärker macht. Er muss reingehen zum Glück. So, er muss recht viele Sachen machen, viele Karten raushauen. Aber so schlimm sind die jetzt nicht. Wir haben eigentlich noch ganz gute auf der Hand. so ich überlege ob wir hier eine Verteidigung ausspielen. Das wäre gar nicht so schlecht. Natürlich wäre das jetzt nicht so wirklich an der Kurve. Da wären solche Sachen natürlich besser. Aber die würde der hier recht leicht vernichten können. Das wäre ein bisschen nervig. Aber so könnten wir recht viel Schaden machen. Aber die zu beschützen ist mir jetzt gerade ein bisschen wichtiger. Machen wir es mal so. Dann kommt er hier nicht so leicht vorbei. In der nächsten Runde haben wir dann sechs Magiker. Können wir Sturm am Mantel Bataillon spielen und den Org-Clan Hauptmann. Oder Blutrünstiger Org und Überfallkommando. Wir haben auf jeden Fall gute Möglichkeiten. So, der will den auf jeden Fall tot sehen. Das merke ich schon. Überfallkommando ist Dead Thing gerade. Wir greifen diesen Hiesen an. Davor spielen wir natürlich den Org-Clan Hauptmann. Gehen hier natürlich rein. Spielen einen von denen. Rocken den weg. Gehen hier direkt noch mal rein. So, ziehen direkt noch eine Karte nach und machen noch mal Schaden, weil wir doch da gerade dabei sind, bevor der noch stirbt. Das wäre natürlich nicht so toll. So, in der nächsten Runde haben wir sieben Magikar. Das heißt, wir könnten hier eine Kombination aus Sturmantelbataillonen und mächtiger, verbündeter oder blutrünstiger Org machen. und stehen auf jeden Fall ganz viele Möglichkeiten frei. Unterwelt Rächer Initiantin des Kreises wäre natürlich gut, weil sie dann direkt verstärkt wird. Wir können böse ins Gesicht gehen. Okay, der ist jetzt gerade ein bisschen verzweifelt. zum Große Bürger. Ich glaube, der ist genervt. Ich glaube, wir haben ihn zum Weinen gebracht. Der Wald ist mein Mann. Schlimm wäre es natürlich, wenn er jetzt mit so was wie Nahak hieff kommen würde. Dann könnten wir auf die andere Seite überschwingen. Und er kämpft gleich gut. So, wir machen sowas hier. Greifen hier nochmal an. Können die Unterwelt Rächerin spielen. Spielen hier nochmal die Initiantin. und lassen es gleich mal ploppen. dadurch hat sie direkt mal 5-3 und die Chancen stehen gut. Ich habe es jetzt extra auf einer Seite erstmal ausgespielt. Klar, er könnte jetzt so eine blöde Karte spielen, die alle fesseln würde. Aber sobald er hier eine Verteidigung spielt und sie nicht fesseln würde, könnten wir immer noch irgendwie durchkommen. Im Notfall haben wir dann immer noch Unterweltrecher und blutrünstige Ork. Das sind schon mal sehr, sehr gute Möglichkeiten. Okay, die muss natürlich daran glauben. Dadurch hat er jetzt aber nur noch zwei Magiker. Kann sich leider verteidigen. Das dürfte jetzt aber nicht reichen. So, wir müssten das jetzt eigentlich gelockt haben. So, machen wir so und so. Und wieder einmal hat er Zorn gesiegt. Freunde, Bäm! Drei Siege. Drei Spiele, drei Siege. Also, wenn das Deck nicht geil ist. Kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, Leute? Baut es nach, probiert es aus und rankt euch in die Hölle. Hallo! Und lasst mir gerne ein Feedback da. Ich würde mich freuen, wie ihr mit dem Deck zurecht kommt. Wenn ihr Fragen habt, einfach Fragen in der Kommentarbox. Okay, Leute, bis zum nächsten Guide.